In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du mit WordPress Divi ein globales Element baust. In diesem Beispiel wird es eine Notification wahr. Du brauchst nämlich nicht immer ein Plugin, schon gar nicht zahlungspflichtige Plugins, denn mit Divi lässt sich sehr viel realisieren und das zeige ich dir jetzt. Du erstellst einfach eine neue Seite und klickst hier auf den Divi-Bilder benutzen. Dann wähle ich hier unter Seitenattribute eine Blank Page, speichere und klicke hier oben auf Seite ansehen, denn ich möchte dir das jetzt im Frontend zeigen, damit du direkt die Veränderungen siehst. Ich klicke also jetzt hier auf visuellen Bilder aktivieren, möchte mit dem Aufbau beginnen von einer blanken Seite aus und wähle hier eine neue Zeile. Hier wähle ich jetzt Text aus, denn in diese Notification Bar soll gleich Text kommen. Klicke das erstmal weg, weil ich jetzt hier eine Hintergrundfarbe anlegen möchte und die möchte ich in dieser Sektion, in diesem blauen Feld anlegen, also so, dass sie auch über die ganze Breite erscheint. Deswegen klicke ich hier auf das Rädchen, auf Hintergrund und meine Hintergrundfarbe soll schwarz sein. Jetzt klicke ich hier auf Änderungen speichern. Jetzt möchte ich hier den Text ändern, dafür klicke ich hier auf das graue Rädchen, kopiere hier meinen Text ein, den ich in der Notification Bar unterbringen möchte und ich möchte hier noch zwei Links hinterlegen, einmal hier und einmal hier und jetzt möchte ich das Ganze noch modifizieren, indem ich hier auf Design und dann auf Text klicke, dann wähle ich die Schriftart aus, die ich nutze auf meiner Landingpage, die zu meinem Markendesign gehört, klicke hier auf weiß an und jetzt muss ich noch die Links, dafür klicke ich jetzt einmal auf die HTML-Ansicht im Text, denn meine Installation gibt vor, dass Links immer schwarz sind, deswegen muss ich das jetzt hier manuell ändern und gebe hier einfach den Hexcode ein, den ich für diese zwei Links vorsehe und Änderungen speichern. Jetzt muss ich das Ganze noch mobil checken, dafür habe ich hier, wenn ich hier unten, ihr habt das sicherlich gerade gesehen, auf die drei Punkte klicke, kommt diese Menübar und hier kann ich einmal auf Tablet wechseln und einmal auf Smartphone und da sehe ich, wie das jeweils aussieht. Wahrscheinlich macht es Sinn, hier die Größe am Smartphone zumindest ein bisschen anzupassen, dafür gehe ich auf das graue Rädchen, auf Design und auf den Text, den möchte ich ja kleiner machen in der mobilen Variante, immer wenn man hier mit der Maus drüber fährt, erscheint dieses Smartphone-Symbol, da klicke ich drauf und dann habe ich hier die Möglichkeit, zwischen diesen Reitern zu wechseln und ich möchte, dass die Typo auf dem Telefon etwas kleiner ist. Gehe ich hier auf 15 Pixel und entsprechend ändere ich die Zeilenhöhe. Ja, so passt das für mich am Smartphone. Jetzt kann ich nochmal das Tablet checken. Ich finde, für Tablet kann man das so machen, das ist ja auch eine wichtige Notification, die es da zu sehen gibt und jetzt speichere ich wieder den Entwurf. Als nächstes speichere ich diese Notification Bar als globales Element und dafür klicke ich jetzt hier auf Seite bearbeiten. Jetzt rutsche ich wieder ins Backend und jetzt mache ich hier auf die blaue Sektion einen Rechtsklick, weil ich möchte diese gesamte Sektion als globales Element speichern. Gehe hier auf in der Bibliothek speichern, gebe dem Ganzen einen Namen und speichere dies als globales Objekt in der Bibliothek. Jetzt erscheint das grün, das heißt, es hat geklappt. Und jetzt kann ich diese Sektion mit einem Rechtsklick kopieren, kopieren Sektion und auf einer beliebigen Seite einfügen. Das ist jetzt eine Seite meiner Webseite und ich füge jetzt hier die Sektion ein, einfügen Sektion. Die wird jetzt unter der oberen Sektion platziert. Ich möchte aber, dass die ganz oben sitzt. Also klicke ich hier auf das Fadenkreuz, halte die Maustaste gedrückt und ziehe diese Sektion nach oben. Und wenn ich mir jetzt die Vorschau ansehe, dann sitzt diese Sektion über dem Teil, der eigentlich auf dieser Seite folgt. Und so kann ich diese Notification Bar jetzt auf sämtlichen Seiten einfügen, wenn ich das möchte. Das, was das globale Element hier ausmacht, ist, dass du das nur auf einer Seite ändern brauchst und dann änderst du automatisch das Element auf allen Seiten. Also du musst nicht dieses Element auf jeden Seiten anpassen, sondern du kannst es über ein Element steuern. Und das ist das Tolle an einem globalen Element. Und das zeigt dir eben auch, dass du nicht immer ein Plugin für eine Notification Bar brauchst. Wenn du eine Notification Bar möchtest, die über der Navigation sitzt, dann gibt es dafür auch eine Möglichkeit. Dafür brauchen wir einen Code und du bräuchtest einen Child Theme, da sich sonst Updates von WordPress auf deine Programmierung auswirken können. Wenn das beides gegeben ist, dann schau dir das nächste Video zu diesem Thema an. Da zeige ich dir, wie das funktioniert mit einer Notification Bar über der Navigation. Das Video ist in der Beschreibung verlinkt. Wenn dir dieses kurze Tutorial gefallen hat, dann klick auf Gefällt mir, teile es mit Leuten, die Interesse daran haben könnten, denen es helfen könnte und abonniere meinen Channel und auch meinen Designletter. Den findest du auf meiner Webseite goldmarie-sowima.de und dort findest du auch noch einen Blog mit sehr viel wertvollen Tipps rund um klares Design und eine Top Usability. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald. Bye, bye.